Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten X-Plane 11 Einsteiger-Tutorial. Nachdem wir uns jetzt befasst haben mit der Einstellung des Joysticks und der Sichteneinstellung, wollen wir heute mal dazu übergehen, uns ein ganz bestimmtes Flugzeug anzuschauen und die ersten Einstellungen vorzunehmen, wie starte ich das Flugzeug, wie stelle ich meinen Flugplan ein, das soll das Thema jetzt sein in meinen nächsten Videos. Das soll sich, ich denke mal, in mehreren Parts aufteilen, das soll jetzt kein 1-2-Stunden-Video werden, sondern ich werde die ganzen Parts, die ich für wichtig empfinde, in mehrere Teile unterteilen. Das heißt, der erste Teil geht jetzt darum, wie starte ich das Flugzeug, aus dem Cold-and-Dark-Start, ja, dann stellen wir das Navigationsgerät ein, FMC, dann wird ein Cut gemacht und dann kommen die nächsten Videos. Wie hebe ich ab, wie aktiviere ich mein Navigationsgerät und so weiter. So, fangen wir erstmal an. Also wir stehen hier mit einer Bombardier CRJ-200. Das ist ein kleines Flugzeug, das ist ein Payware-Flugzeug, das kann man käuflich erwerben. Zum Beispiel bei Aerosoft unter anderem, ich habe das letzte Mal geguckt, das kostet so ca. 39 bis 40 Dollar, also 37, 38 Euro. Das ist sehr schön, das ist auch sehr beliebt unter den X-Plane-Spielern. Es ist sehr detailliert und auch sehr schön zum Ansehen einfach. Also es ist wirklich sehr schön modelliert, also das kann man echt sagen. Okay, wir springen einmal ins Cockpit und zwar wollen wir ja den Cold-and-Dark-Start machen und dazu fangen wir an. Ich hatte mir jetzt mal ein paar Sichten vorgespeichert. Wir wollen jetzt erstmal damit starten, unseren Battery Master Switch, den schalten wir erstmal an. So, das hat man natürlich auch ganz klar gehört. Machen wir erstmal, ja, disengage. Als nächstes brauchen wir natürlich externen Strom. Das Flugzeug hat natürlich auch eine Batterie, aber die ist natürlich auch nicht unendlich haltbar. Die kann man ja nicht unendlich nutzen. Deswegen wollen wir, ich sag mal, eine externe Energiequelle haben, beziehungsweise Stromquelle. Und da gehen wir dann einmal in dieses FMC, da kann man mit dem Mauszeiger raufgehen und anklicken. Ziehen wir uns das mal zu uns. Und hier gibt es dann mehrere Knöpfe. Gehen wir mal auf MCDU Menu, dann auf Plane Menu und dann External AC Power. Da drücken wir mal rauf, bis es grün leuchtet. So, dann gehen wir wieder nach oben, in unser Overhead Panel. Und jetzt drücken wir hier oben auf Available und dann steht da In Use. Wenn wir jetzt rausgehen, steht hier vorne ein kleiner Generator, der uns Strom liefert für unser Flugzeug. So, okay. Dann gehen wir hin und werden die nächsten Einstellungen vornehmen. Hier unten gibt es das IIS Align. Da gehen wir einmal auf Nav, um unser Navigationsgerät auszubalancieren, beziehungsweise auszurichten. Das dauert einen Moment hier auch. So, dann haben wir hier noch mehrere Knöpfe. Zum Beispiel die Frequenzen, die können wir später eingeben. Da kommen wir später zu. Jetzt gehen wir erstmal auf die Hydraulik. Dann nehmen wir den und schalten den an. Als nächstes gehen wir raus und machen einen kleinen Lampentest. Ja, das ist erstmal ganz wichtig. Wir gucken, ob die Lampen alle funktionieren in unserem Cockpit. So, da gibt es hier unten so einen kleinen Schalter, der heißt Lamp-Test. Da können wir mal schön raufgehen und können uns hier unsere ganzen Lampen angucken. Nur halt zur Fehlerüberprüfung, falls da einer nicht leuchtet, um nachher halt keine Missverständnis zu bekommen, wenn da irgendwas nicht leuchtet. So, wir haben, ich sag mal, geguckt. Na, leuchten alle. Kann wieder aus. So, und jetzt gucken wir uns einmal hier die Yaw-Demper an. Die klicken wir an, bis sie nicht mehr leuchten. Das ist nämlich das, das wird gerne mal verwechselt. Der Yaw-Demper ist aktiviert, beziehungsweise an, wenn die Lichter aus sind. Deswegen haben wir die einmal angeklickt, damit die ausgehen. So, als nächstes gucken wir uns mal das FMC an. Das ist hier. So, da gehen wir mal auf Index und machen wir mal eine Positional Initialization. Wir befinden uns hier auf dem Airport Münster-Osnabrück. Dann geben wir hier einmal, ja, den ICO-Code des Flughafens ein. Also, das ist einmal in diesem Fall EDDG. So, geben wir das hier ein. Zack. Drücken wir hier auf der Linie. Gibt es einen Knopf, den drücken wir. Und setzen den unten hier wieder rein. Klick. So, und jetzt richtet sich das Navi natürlich auch aus und guckt genau, wo wir jetzt gerade stehen. Wir dürfen uns jetzt auch nicht bewegen. Das ist auch ganz klar. Das steht hier auch nochmal ganz, ganz groß. IIS-E-Line, do not taxi. Also, wir dürfen uns nicht bewegen. Genau, jetzt gehen wir mal weiter. Flight Plan. So, da sind wir schon. Also, ich sage mal von den Einstellungen jetzt erstmal hier, ist soweit alles in Ordnung. Wir haben die Batterie angeschlossen. Ja. Wir haben Strom. Wir brauchen uns erstmal keine Gedanken machen. Wir starten später die APU und dann wird alles laufen. Okay. Gucken wir uns erstmal das FMC an. Das ist, ich sage mal, sehr detailliert gemacht. Ab und zu hat es noch ein paar kleine Fehler. Auch jetzt gerade, ich sage mal, in Bezug zu dem X-Plane 11, die Nav-Daten und sowas. Diese sind nicht alle ganz auf dem neuesten Stand. Da gibt es ab und zu mal so kleine Missverständnisse. Aber, ich sage mal, das läuft schon ganz stabil. Okay. Wir sind am Flughafen Münster-Osnabrück und wollen heute mit einem kurzen Flug nach Hamburg fliegen. Geben wir einmal einen ICAO-Code von Hamburg. E-D-D-H. Destination. Das sind ungefähr 122 nautische Meilen, wenn wir direkt fliegen. Das wird natürlich erstmal später mehr, weil wir ja auch die Sits und Stars natürlich noch mit einberechnen. Also das werdet ihr nachher sehen, dass es auf einmal mehr wird. Hier könnten wir jetzt zum Beispiel eine Flugnummer eingeben. Das wollen wir jetzt aber nicht machen. Erstmal ist wichtig, dass wir eine Route finden. Und dazu habe ich erstmal was Kleines vorbereitet. Hier haben wir einmal eine kleine Seite, wo dann, ich sage mal, onlineflightplanner.org. Den nutze ich gerne für Flugpläne. Da gebe ich jetzt aber auch einmal ein. Departure ist E-D-D-G. Münster-Osnabrück. Und Destination ist E-D-D-H. Dann zeigt er mir hier auch genauso an wie im FMC. Distanz 122,6 nautische Meilen. Flight Level, ich sage mal, brauchen wir ja jetzt nicht so hoch fliegen. Ich sage mal 20.000 Fuß. So, dann gehe ich auf Create Plan. Dann lädt das einen Augenblick. So, okay. Und hier sind jetzt die einzelnen Airways, die wir in unser FMC eingeben können. Dann fangen wir da mal mit an. Also wir lassen erstmal ganz am Anfang erstmal die Sits und Stars außer Acht. Wir gucken erstmal nur die dick gedruckten Sachen und die kleingedruckten Sachen, die dazwischen liegen. Wie jetzt hier im Beispiel OSN. Und zwischen OSN und Basum liegt M170. So. Da gehen wir jetzt erstmal ein. Also da steht ja im FMC steht jetzt To. Also wo fliegen wir, nachdem wir in EDDG abgehoben sind, als nächstes hin? Über den SIT, den wir gleich einstellen, nach OSN. Das heißt direkt erstmal zu OSN. Dann geben wir erstmal hier unten OSN ein. Dann hier, wo To steht, drücken wir rein. To. Hier wird uns gefragt, was wollen wir davon nehmen? Ja, das erste macht natürlich nur Sinn. Das untere 4580 nautische Meilen. Das ist nicht der Fall. Drücken wir rauf. Und genau. Da drücken wir jetzt erstmal Execute. Dann gehen wir weiter. Next Page. So. Wir haben gesagt, wir sind bei OSN angekommen. Möchten da anknüpfen. Und zwischen OSN und Basum kommt M170. Da klicken wir jetzt hier unten rein und sagen, wir möchten M170. Klicken wir auf Via oder Via, weil über diese Straße gelangen wir zu dem Punkt Basum. Okay. So. Dann geben wir Basum ein. So. Auf To. Und auch das ist drin. Execute. Und als nächstes kommt die Flugstraße Z78. Z. 78. Zack. Und als nächstes WSN. W. S. N. Dann T903. T903. Und danach RIPSO. Oder RIPSO. Je nachdem, wie man das aussprechen möchte. RIPSO. Und dann würde jetzt wieder der Star kommen, bevor Hamburg kommt. Ich execute das mal. Gehe jetzt auf Departure und Arrival. Und muss mir jetzt nochmal meinen Flugplan angucken, den ich mir hier im Internet gezogen habe. Da ist ja der erste feste Punkt, beziehungsweise der Fix OSN. So. Jetzt gehe ich mal auf Departure. Und jetzt gehe ich mal auf Departure. Der Flughafen Münster Osnabrück hat, ja, ich sag mal, eine Landebahn, beziehungsweise zwei, also eine Runway. Aber natürlich von zwei Seiten fahrbar. Jetzt gehen wir einmal kurz raus aus unserem Flugzeug. Und gucken mal hier uns einmal den Flughafen von oben an. Ich möchte aber gerne von dieser Seite starten. So. Zoome ich mal ein bisschen näher ran. Was macht die 747 denn? Hier ist eine 7. Das heißt, das ist die Runway 7 oder 7. Runway 7. Gehen wir wieder ins Cockpit rein und wir wissen, wir möchten von der Runway 07 starten. Da drücken wir dann einfach hier rauf. So. Und jetzt fragt er mich, ja, welchen Sinn möchtest du dann haben, um von dem Flughafen zu meinem ersten Punkt zu kommen? So. Dann gucke ich nochmal die Karte an und mir fällt auf, oh, hier steht ja OSN. So. Ich könnte jetzt auch die ganzen Karten hier aufrufen, aber das soll ja, ich sag mal, so einfach wie möglich erstmal erklärt werden. Dann sage ich, oh, hier ist ja, bei so kleinen Flughafen kann man das machen, bei größeren geht es dann nicht mehr. Nur anhand dieses, des FMCs zu erklären. Dann sehe ich ja, oh, hier heißt ein SIT OSN 9E. Da gehe ich rauf und jetzt, das ist ja glaube ich auch der einzige, der hier OSN heißt, sonst heißt hier ja keine OSN. Das kann man, wie gesagt, bei kleinen Flughafen machen. Bei größeren gibt es dann, ich sag mal, OSN 9C, 9A. Ah, also da gibt es dann verschiedene Wege, die dann zu diesem Punkt führen. Aber hier gibt es nur diesen einen, OSN 9E. Den klicke ich an und sage, okay, das war's. Das ist der SIT. Ich drücke Execute. So. Und den habe ich jetzt eingespeichert. Das können wir uns jetzt mal eben einmal ansehen. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf dieses kleine Display klicken, möchte ich hier einmal dieses, hier unten kann man Format and Range einstellen. Das heißt, so. Da sehen wir jetzt erstmal unseren Weg nach Hamburg, den wir eingegeben haben, unseren Flugplan. Und hier vorne sieht man unseren SIT, den wir eingegeben haben. Ist jetzt ein bisschen schwer zu erkennen. Besser zu erkennen wird es gleich, wenn wir den Star eingeben. Also, ja, wie gesagt, hier fliegen wir hoch von der Runway 07 und OSN ist genau hier, kann man ganz schwer erkennen gerade, da ist OSN. So, und das ist dieses SIT, den wir gerade eingegeben haben. Der Weg führt uns jetzt zu OSN. OSN. Okay, so. Jetzt brauchen wir noch Departure. Dafür öffnen wir jetzt mal hier eine Seite. Das habe ich auch schon vorbereitet. Hier gibt es einmal die kompletten Charts von Hamburg. Ich habe mir schon vorher angeguckt, ich möchte gerne auf der 05 in Hamburg landen. Das ist eine gute, ich sage mal lange Runway. Okay, und da gucken wir einmal erstmal, ja, die Departure Charts von, nee, Quatsch, Departure. Wir wollen ja Arrival, also wir wollen ja, ne, wir wollen ja ankommen, nicht wegfliegen in Hamburg. Gucken wir uns die mal an. So, dann sehen wir mal hier, da sieht man schon gleich, wir kommen von RIPSO, okay. Und hier steht schon RIPSO 4a. Das ist also die erste Sache, die wir wissen, die wir jetzt eingeben könnten. Jetzt würden wir hierher gehen und sagen, komm, Departure Arrival, EDDH Arrival und wir sehen RIPSO 4a, genau wie wir das hier auf der Karte auch sehen. Da gehen wir rauf und wählen uns jetzt die Runway aus, die wir gerne hätten, die ich jetzt auch eben, beziehungsweise schon gesagt habe, die ich mir auch schon ausgewählt habe. Wir möchten gerne auf der ILS 05 landen. So, und die Transition wird Bock mal sein. So, oder nee, wir können auch eine andere Transition auswählen, das ist auch, glaube ich, besser. Können wir ja gleich mal gucken, was am besten passt. Wir nehmen LBV. So, jetzt gehen wir einmal auf Execute. So, und das ist jetzt geexecuted, sag ich mal, ausgeführt. Und das wäre jetzt erstmal so der Flight oder der Flugplan, den wir eingegeben haben nach Hamburg. Und jetzt können wir auch gleich nochmal sehen, ihr seht dann auch, das ist jetzt, am Anfang haben wir ja gesagt, das sind 122 nautische Meilen, aber ihr seht, wenn wir hier rauf gucken, bis EDDH 169 nautische Meilen. Und das liegt halt daran, dass wir Sits und Stars noch hinzugefügt haben. Deswegen wird es alles etwas länger dauern. Das ist ja nicht weiter schlimm. Wir rufen uns einmal das FMC nochmal auf, gehen auf diesen Punkt LEX. Das sind die einzelnen Punkte, wo wir unsere Route abfliegen. Und jetzt können wir uns diese Route einmal, können wir die Route einmal durchklicken und uns das alles mal anzeigen lassen, wo wir jetzt überhaupt langfliegen. So, da gehen wir jetzt einmal lang. Das haben wir alles eingegeben. Zack, 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 zack. So, ich zoome nochmal ein bisschen raus. Das ist unsere Route. Hier unten starten wir, dann fliegen wir nach Norden. Genau, und hier oben wollen wir dann in Hamburg landen. Hier machen wir nochmal eine kleine Kurve und hier ist dann der Landeranflug. Das ist jetzt, ja, falls wir warten müssen, falls wir keine Landeerlaubnis bekommen. Das wird aber nicht der Fall sein, weil wir jetzt nicht mit dem ATC fliegen, sondern einfach so. Das heißt, das können wir ignorieren. Aber wir wissen, das ist unsere Flugroute. Könnten wir jetzt hier nochmal kontrollieren, dass wir jetzt hier einmal durchklicken. Next Page, Next Page. Gucken wir uns das an. Es ist alles in Ordnung. Ich hatte auch schon mal, ja, das Problem, dass hier auf einmal Discontinuity stand. Ja, das war ein Problem. Das war einfach ein Punkt, den er nicht gefunden hat oder den es nicht gab auf der Karte und der dann einfach gerade ausgeflogen ist. Ist der Route nicht mal weitergeflogen, ja, konnte er nicht finden. Das kann man dann auch löschen, wenn es jetzt der Fall gewesen wäre. Aber es ist nicht der Fall. Wir haben alles da. Das heißt, das können wir löschen, beziehungsweise wegklicken. Jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen die Sicht ein bisschen besser, damit wir auch gut gucken können. So. Der Flugplan ist jetzt eingegeben. Wir haben jetzt alles beachtet, was wir beachten müssen im Flugplan. Wir müssen uns natürlich noch eine Höhe auswählen. Ich hatte hier beim Online Flight Planner, hatte ich vorhin eine Höhe von 20.000 Fuß angegeben. Darauf kommen wir aber gleich. Als nächstes möchte ich dann jetzt erstmal anfangen, um das Flugzeug, beziehungsweise die Triebwerke zu starten. Dann machen wir jetzt mal, gehen wir nochmal in die Oberhead-Panel-Sicht. Als erstes machen wir die Seatbelt-Zeitung. Weil jetzt passiert etwas. Als nächstes könnten wir jetzt die Frequenzen eintragen. Das mache ich jetzt noch nicht. Das mache ich dann, wenn wir in der Luft sind, weil wir ja erstmal jetzt noch nicht mit dem Funk spielen wollen. Oder das interessiert uns jetzt erstmal noch nicht. Wir möchten erstmal nur starten, beziehungsweise das Flugzeug anbekommen. Von A nach B erstmal kommen. Alles andere kommt später. Okay. Wir haben hier soweit alles eingestellt. Flugplan ist drin. Batterie ist angeschlossen. Jetzt können wir anfangen, um unsere, eigentlich unsere APU zu starten. So. Dafür gehen wir jetzt erstmal hier noch wieder ins Oberhead-Panel. Hier steht Power-Fuel und Start-Stop mit dem Reiter APU. Wir drücken einmal hier rauf. Gehen dann hier nach unten. Hier steht noch APU-Door-Closed. Jetzt ist die APU-Door open. Das kann man auch draußen ganz gut sehen. Also hier oben ist jetzt eine Luke geöffnet. Da. Und jetzt starten wir die APU mal. So. Start. Und man hört auch direkt, da bewegt sich was. Falls noch jemand nicht weiß, was eine APU ist, das ist unser Hilfstriebwerk im Heck des Flugzeugs. Das baut den gewissen Druck auf, den wir brauchen, um unsere normalen Triebwerke zu starten. Und genau. Das wollen wir jetzt auch tun. So. Die Lampe ist auf Available. Dann können wir den APU-Generator auf anstellen. So. Der läuft. Das ist schon mal sehr gut. Dann könnten wir theoretisch jetzt auch schon, ähm... Ja, unseren External Power entfernen von unserem Flugzeug. Das heißt, den machen wir mal aus. Auf unserem FMC, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt, auf MCDO-Menü. Und hier nochmal draufdrücken. Dann ist er weg. Können wir nochmal gucken. Jo. Der ist nicht mal da. Im Heck unseres Flugzeugs, unseres Flugzeugs läuft die APU schon in vollen Touren. Das ist gut. So. Dann gehen wir weiter. Ähm... APU-Generator haben wir auf ON geschaltet. Als nächstes stellen wir unseren Autopilot ein. Flight Director gibt es hier. Den stellen wir auf ON. Unser IIS ist auch geladen. Das ist auch jetzt komplett da. Unser künstlicher Horizont ist jetzt auch da. Ähm... Genau. So. Dann stellen wir ja mal eben hier unsere Höhe ein, die wir fliegen wollen. Wir wollen ja auf 20.000 Fuß fliegen. So. Hier in dem kleinen Fenster, das ist natürlich jetzt ganz schwer zu erkennen, ähm... Könnt ihr das sehen, dass ich hier die Höhe verändere. So. Zack. Höhe ist drin. Das, wie man jetzt weiter verfährt, erkläre ich euch dann, wenn wir soweit sind. Beziehungsweise wenn wir zum, zur, äh... Runway-Taxi. Als nächstes geht es, ähm... Weiter. Jetzt möchten wir die Triebwerke starten. Wir sind soweit. Wir gehen nochmal da hin. Und hier sieht man jetzt nochmal, jetzt nochmal eben, by the way, ähm, noch ein paar Fehlermeldungen. Die werden wir jetzt versuchen abzuarbeiten, beziehungsweise, dass hier nachher nichts mehr steht. Ähm... Als erstes werden wir die ganzen Hydraulikpumpen anschalten. Das ist natürlich wichtig, um alles nachher bewegen zu können. So. Seed-Belt-Signs sind an. Draußen machen wir Beacon auch auf an. Nav natürlich auch auf an. Damit wir wissen, jetzt bei Beacon, jetzt passiert hier was. Nav ist, ja gut, ne... Links und rechts an den, äh, an den, äh, Tragflächen. Unsere Beleuchtung. Damit auch jeder weiß, wir sind da. Strobe machen wir noch nicht an. Logo können wir noch anmachen. So. Und jetzt, äh, haben wir die ganzen Hydraulikpumps angestellt. Dann gehen wir hier oben. Die ganzen, ähm... Treibstoffpumpen gehen auch, machen wir auch an. Und dieses Graffiti, X-Flow. Machen wir natürlich auch an. Das sind, äh... Ich meine, ich weiß das nicht ganz genau, aber ich glaube, das ist die Verteilung der einzelnen Tragflächen für den Sprit. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. So, und ich hatte ja eben schon mal gesagt, wir brauchen Druckluft, damit wir unsere normalen Triebwerke starten können. Dieses geschieht hier. APU-LCV und Isolation Valve, glaube ich. Da gehen wir bei mal rauf. Diese Ventile öffnen wir jetzt, damit wir Druckluft empfangen. Vorher machen wir die ganzen Air Condition Packs auch noch auf, weil die könnten uns natürlich auch die Luft, oder Druckluft stehlen. Das machen wir jetzt erstmal, lassen wir erstmal auf, damit wir jetzt die volle Konzentration auf unseren Triebwerken haben. Dann sagen wir, ähm... Ignition ist die Zündung. Hier sind L, N, R. Das heißt Left Engine, Right Engine. Wir fangen jetzt an und starten das erste Triebwerk. Und zwar das rechte Triebwerk. Damit fangen wir an. So, dann drücken wir hier auf Start. So, und ihr werdet hören, ganz langsam. Jetzt bewegt sich was. Hier bewegt sich was. Ab 20, so wie jetzt, schalten wir den rechten Schubhebel auf Idle. Drücken wir die Maus und nehmen den und stellen ihn nach vorne. Jetzt gibt er Sprit dazu und er läuft an. Das können wir uns natürlich von draußen auch mal angucken. So, das ist das rechte Triebwerk. Das läuft. Das ist noch aus. Das starten wir gleich. Gehen wir wieder rein. So, jetzt sind die Fehlermeldungen schon weniger geworden. Das ist schon mal so gut. Als nächstes gucken wir oben. Was haben wir gemacht? Wir haben das zweite Triebwerk angetrieben. Jetzt machen wir Generator 2. On. So. Das ist wichtig. Dann das linke Triebwerk. Drücken wir auf Start. So, gehen wir nochmal wieder nach unten. Gucken wir uns das nochmal an. Das läuft auch an. Sehr schön. So. Dann nehmen wir wieder den roten Hebel und drücken ihn nach vorne. Auf Idle. So, und es gibt wieder Sprit dazu und er läuft hoch. Sehr schön. Und wieder, wenn es piept oder auch schon jetzt, gehen wir den Generator 1. Auf Idle. Auf Idle. Auf Idle. Zack. Auf Idle. Jetzt gucken wir uns mal hier noch einmal dies an. Es läuft jetzt noch die APU und beide Triebwerke. Das können wir auch kontrollieren. So. Ihr seht, beide Triebwerke laufen. Unser Beacon Light ist an. Unsere Nav Lights sind an. Okay. Jeder weiß jetzt, okay, hier passiert was. Die haben jetzt gerade die Triebwerke gestartet. Und jetzt schauen wir nochmal weiter. APU Bleed On. Das ist noch die einzige Fehlermeldung oder die einzige Meldung, die er uns sagt, dass die APU noch an ist, beziehungsweise das Bleed. Das machen wir sofort weg. Aber vorher möchte ich euch nochmal kurz was zeigen. Und zwar, jetzt seht ihr das nochmal. Also hier, das ist jetzt die Druckluft. Also hier kommt jetzt noch was von der APU. Hier sind 80 Psi sind da drauf. Und die Druckluft ist jetzt bei unserem Cockpit und in der Kabine noch nicht angekommen. Das heißt, ich hatte ja vorhin hier auf Off gestellt. Auch die Air Condition. Das machen wir jetzt mal weg. So. Und jetzt sind die Wege frei. Jetzt pumpt ihr auch Luft in unsere Kabinen rein. und versorgt uns mit Luft und frischer Luft. Oder beziehungsweise, ja. Air Condition. Okay, weiter geht's. Das habe ich euch gezeigt. Das heißt, die APU ist jetzt noch an. Die brauchen wir ja nicht mehr, weil jetzt unsere Triebwerke ja laufen. Das ist alles in Ordnung. So. Das sind die Electronics. Das ist auch alles in Ordnung. Fuel ist auch alles aufgeteilt hier. Das ist hier die Gradzahl. Das passt alles. Sehr schön. Können wir hier nochmal klicken. Die APU ist jetzt noch an. Die wollen wir jetzt aber ausstellen. Dazu gehen wir nochmal ins Overhead Panel. Da geht's einfach ganz einfach. Ich sag, APU Generator off. So. Off nochmal. Dann klingelt's nochmal. Hier den Ignition. Die Zündung brauchen wir auch nicht mehr. So. Die APU geht jetzt aus. Sehen wir auch hier. Die fährt jetzt runter. So. Unsere Triebwerke laufen ja jetzt. Das heißt, wir bekommen jetzt das, was wir brauchen. Strom, Hydraulik. Alles von unseren Triebwerken. Ja. So. Das brauchen wir auch nicht mehr. Soweit ist jetzt eigentlich alles fertig. Die Lichter sind soweit noch in Ordnung. Hier können wir jetzt schon mal das Anti-Eis, die Probes, die können wir jetzt schon mal anstellen. Das machen wir schon mal vorsichtshalber. Genau. So. Soweit ist jetzt alles fertig und vorbereitet. Und ja, ich wüsste jetzt erstmal nicht, was jetzt noch kommt. Also wir setzen natürlich im nächsten Video, machen wir dann die Startvorbereitung, setzen die Klappen und gucken, was müssen wir noch tun. Hier unten müssen wir noch eingeben, unseren V1, VRotate, V2 und so weiter. Das machen wir dann im nächsten Kapitel. Jetzt habt ihr erstmal einen kleinen Überblick erhalten darüber, wie stelle ich das Flugzeug gescheit an. Das ist läuft und das ist, ja, ohne Fehlermeldung mehr hier funktioniert und die Triebwerke an sind. Ja, und damit ist das erste, beziehungsweise der erste Part auch schon abgeschlossen. Dann würde ich mich jetzt verabschieden und euch im nächsten Video herzlich willkommen heißen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch schon mal so einen kleinen Einblick gegeben, wie man so von Cold and Dark das Flugzeug startet. Ich bedanke mich und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.